servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mal wieder mit ein bisschen burning crusade classic nicht unbedingt mit großen spielthemen sondern dass aktuell dort auf den servern ein trick genutzt wird um ein boss in neun sekunden um zu prügeln es geht um den cruel raid wo ihr davor eigentlich aus einem ja gespann an bossen vorbeikommen müsst allerdings ist es wohl so dass das spiel nur trackt wenn der maulgar mob dead ist das führt jetzt aktuell dazu dass manche leute oder fast alle leute akan mages decken den dud in neun sekunden um flexen danach wieder rausgehen an den anderen vorbei und man kann cool machen weil wie gesagt das spiel checkt nur ist maulgar dead oder nicht ist er dead kannst du cool machen wir gucken uns das ganze jetzt mal an weil ich das irgendwie man nicht absurd finde so schauen wir uns das spektakel mal an clip geht noch 25 sekunden ihr wisst was ihr jetzt erwarten können sehr sehr viele mages im raid so der dude wird richtig runtergebracht holy shit holy shit der fliegt runter und jetzt retreaten 5,8 5,6 also die mages sehen wir auch am ende des fights hier rechts im dps meter die mages haben die ganze arbeit gemacht der boss ist down und ja danach schnell raus wieder neu rein nein das hat nichts mit sex zu tun und man kann den endboss machen ich weiß nicht das ist jetzt halt wieder so ein thema war das früher schon so und wenn ja macht es sinn dass solche sachen obwohl blizzard der sagt das ist die original experience von damals macht es dann trotzdem sinn solche sachen so im spiel zu lassen das überlasse ich jetzt mal jedem selber ich bin mir da nicht ganz so sicher beziehungsweise ich würde es eher jetzt aus meiner sicht ich habe an burning crusade classic dann doch nicht so den großen gefallen gefunden ist aber egal wem es spaß macht der soll es spielen das sage ich ja generell egal ob wov oder final fantasy oder sonst irgendwas aber mir würde das so vorkommen keine ahnung als würde ich da irgendwas unvollständig machen oder falsch oder nicht richtig oder ausnutzen whatever schreibt mir eure meinung dazu in die kommentare ich bin sehr gespannt und damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen bis zum nächstenriz ces bis zum nächsten